Hallo und willkommen zurück. Ja immer noch dabei und zu stärken. So das ist Pilzverlies. Hier können wir uns mal schnell die Seelen hier holen. Das sind wir schon allerweise. Was? Ist das hier wirklich? Das tun wir auch noch irgendwie rein. Okay, hier ist der Haupttor. Ich weiß gar nicht was wir schon geholt haben. Den anscheinend noch nicht. Gut, wir kommen jetzt hier weg. Ey, Bruder, jump. Oh, 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 oh. Ja, ich stirb einfach. Ja, ich stirb einfach. Ja, ich stirb einfach. Besser für alle. Hier noch irgendwas? Ah, stimmt. Kommt der hier auch durch. Okay, gab's doch oben noch irgendwas. Gucken wir uns das mal an. Wir haben ein bisschen Zeit. Gehen wir mal da hin. Was war hier? Da war jetzt die Weiz teuer. Okay. Der Gerät haben wir. Musste mal ins Pilzverlies kommen. Genau, hier ist das Pilzverlies. Jetzt gucken wir uns hier nochmal in Ruhe um. Wir haben jetzt alle Abilities. Könnten wir ja eigentlich auch alles kommen. Hier war doch noch, ja genau, hier mussten wir doch Bomben-Ability haben. Glaube ich. Genau, hier. Dahin. Ach, du Scheiße. Stimmt das? Noch ein Schein. Sehr schön. Yay. Wir erleben es immer gut. Was haben wir jetzt hier alles? Glaube ja. Ja, hier oben hatten wir alles. Wo war er. Ach genau, hier oben war die Seele. Hier war die große Tür. Weg. Gut, dahinter war nichts weiter. Ah, hier die nächste, die letzte, diese Seele. Immer das. Runter. Rennt einfach. Hier müssen wir zum Broschkönig gehen. Ja. Aufs Maul. Hier ist noch eine Seele. Hier war die Seele. Ich glaube, ich habe noch einen Shortcut. Das ist mein Hammer. Aha, 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 ich sehe was. Ich komme da gar nicht so hin. Wenn sie schon mal da ist, die Pflanze, nehmen wir sie mit. Warum? Gibt da nicht irgendwo anders offen? Moment. Das bringt mir auch nichts. Nee, das bringt mir nichts. Ah, ihr seid nicht schlimm, ihr seid nur nervig. Ah, ist schon mal. Genau, hier ist der Waldkönig. Hm, ja. Hier komme ich runter. Ah, die Abiliti wechseln. Oh man. Was denn, was ist der Waldkönig? Hm, ja. Da rin, glaube ich. Da waren wir drin. Ja hier, hier war ich schon. Jetzt komme ich von oben rein. Wo komme ich jetzt hier rauf? Ist ja die Frage der Fragen. Ist die Frage der Fragen. Und da natürlich. Ich bin ein Held. Nehmen wir die Seelen auch gleich mit. Ja, jetzt nur Nervensegen. Hier noch irgendwas, was ich nur Abilities bekommen kann. Hier war das Lager. Hier war das Lager. Das müsste ich, glaube ich, schon haben. Ja. Genau, das müsste ich schon haben. Den habe ich schon. Den habe ich schon. Da hin, da hin, da hin. Äh, komm da hin. Okay. Das ist ja uninteressant. Was? Wird mich das hin? Moment. Nochmal zurück. Dass ich hier oben drauf bin. So. Das sind die. Leider. Weich gesehen. Moment. Moment. Wo kommt jetzt hier hin? Aha. Das bist du. Du hast einen defonierten Samenkorn gefunden. Das sieht nicht aus wie ein normaler, sondern ein ziemlich verrotteter. Und was bringt mir der? Was ist denn? Muss man das Ding oben. Was kann man denn hier? Ja. Schnapp. So. 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 wie die Kokopflanze. So eine Range ist sie gar nicht. Ok, wir sehen, upgrade super, aber gut. Jetzt sind wir hier. Hier. Jetzt ist hier schon alles. Ich weiß es nicht. Hier war die Seele. Die ich 65 mal vorbeigelaufen bin. Von hier gekommen. Gut. Hier war nichts besonderes außer Shortcut. Warum so viel Aufwand für so einen Shortcut? Ist das nicht noch ein Durchgang? Ne. Hier oben gab es ein Item. Weiß es nicht. Ich weg dir. Weg. Da war ich schon. Hm. War ich auch schon drin? Ja. Ja, die habe ich. Es ist halt doof, wenn man keine Karte besitzt in dem Spiel. So, heilen wir uns. Hier war die Seele. Was war hier drin? Ah, hier war das. Ah, okay. Eigentlich müssten wir jetzt hier auch noch alles schon haben. Keinen weiteren Weg. Ne. Jetzt haben wir hier schon alles. Müssen wir hier eigentlich alles haben. Waren wir jetzt hier drinnen. Ja, hier oben gab es glaube ich nur eine Seele. Eine Seele und den Weg nach oben. Wir gehen zum Froschkönig. Höh, höh, höh. Höh, höh, höh. ok hier waren wir schon hier waren wir schon ich glaube wir gehen zum froschkönig ich glaube wir werden zum froschkönig gehen froschkönig ist eh platt gut und wir sehen uns in der nächsten folge ciao 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 ciao